Jeder Spieler hat sich extrem aufgehoben, jeder Spieler will sich zeigen, weil jeder Spieler will spielen. Die Situation ist leicht, die Karten sind einfach gemischt jetzt wieder und das merkt man einfach am Trainingsport, weil da ist einfach zur Sache gegangen, wo man in letzter Zeit jetzt nicht mehr so das Gefühl gehabt hat, aber da sind mal einige gefahren, waren jetzt keine gröberen Fouls, aber man hat einfach die Präsenz gemerkt als Spieler und ich finde auch, dass es ein wichtiger Aspekt ist für Sonntag und alles andere, diese taktischen Einheiten, das kann man intern klären, aber die Leidenschaft war auf jeden Fall da und das hat man schon gemerkt.